Die sieht sehr, 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 sehr gruselig aus. Ohne Spaß, der ganze Blut da unten. Müssen wir einfach mal gucken, ey. Wo ziehst du eigentlich jetzt drauf? Das sind auch so Teile. Ich hab gedacht, man könnte die von hier oben aktivieren, aber sie ist nicht. Achso. Ah, kack die Wand an. So, und damit Halle und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dead Space 3 mit Big Mana. Und die Goviva. So, und, äh, ja. Wir machen dann mal, ne? Wir gehen mal runter. Genau, ich muss jetzt mal wieder warten, bis mein Partner unten ist. Meine Nase juckt jetzt, ein Automat. Oh Gott. Deine Nase juckt. Der Partner braucht mehr Platz. Ja, ich brauch sowieso mehr Platz. Ja. Jetzt. Äh, wie machen wir's nochmal? Ich vergesse das immer. A auf F. Wir müssen irgendwo den Strom hinleiten. Ähm, das ist wieder so ein Rätsel, glaub ich. Ach, nach da oben. Bild das mal da oben aus, das Ding. Genau. Äh, äh. Ne, dann nach unten. Achso. So. Ah, ne, doch doch noch da oben. Na, jetzt. Ach, du Scheiße. Oh, nein. Achso, das ist einfach nur der Aufzug, ne? Oh, so ein Ding, so ein Container oder irgendwie sowas. Ich wollt grad schon sagen, ey, scheiß, die Wadonne. Was? Komm, zu, es kommt, oh, es kommt schneller. Geh mal dann, geh mal zur Seite. Ach, das ist mit Stacheln. Ah, ich hab glaub ich... Ach, da ist sie. Warte, ich mach das mal. Lauf! Ja, ihr schafft. Sehr schön. Oh, Glück gehabt. Das ist denn hier. Stay Station. Stay... Mal anmachen, ne? Oh, müssen wir hier noch lang. Ganz da nach da hinten. Das kann auch sein. Okay, dann versuchen wir's mal. Okay, wieder anhalten. Warte. Nein! Boah! Das verpisst dich, Alter. Oh, Scheiße. Was? Oder muss man das hier aufmachen? Kann man das irgendwie... Nö. Das kann man nicht. Guck mal, muss da hin. Aber wie? Ah! Einer muss rennen. Jetzt rennen, rennen, rennen. Ja. Jetzt musst du's gleich machen. Ja. Wie auf welche Kuh, ne? Zielen und zehn. Zehn. Jetzt! Komm! Oh, ja! Sehr schön. Boah, Glück gehabt. Rosi. Da ist Jenny. Jenny war auch der Name von... Dingsbums hier, von... Ach, sag schnell. Forrest Gump. Echt? Ja. Ist wieder so eine Stage Station. Da, ich guck mal, ob hier Leute kommen eben. Äh, warte mal. Aber ich glaub nicht, das ist einfach nur wieder... Bye. Äh. Ich vertraue denen nicht. Ich vertraue denen ehrlich nicht. Okay. Aber ich glaub, es war schon richtig. Äh. Ist noch da unten. Nicht so. Also so. Hab ich's? Äh. Ne, irgendwo ist er noch... Ich glaub, da oben. Warte mal. Das ist, glaub ich, nicht richtig. Äh. So. Genau. Dann ist das auch nicht richtig. Sondern so. Jetzt noch da oben. So. So, ist an. Da kommen bestimmt welche jetzt durch die Dinger. Ich zieh auf diese komischen Dinger schon die ganze Zeit drauf, weil... Ja. Die kommen eben bis jetzt... Ja. Ein Schuss und bam, Junge. Ah, die komischen, nackten Zombie-Viecher oder was das immer ist. Ich muss nachladen. Nein. 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 Oh, die sind mal am Schrein sind hier. Nein, es kommt keiner mehr. Munition auch sammeln. Oh, mein... Sehr schön. Alles unbedingt meine Klamotten mal jetzt mal... Mal in so einem Inventar. Viel schneller. Wo muss man denn da her? Sieht man das irgendwo? Ja, wir gucken gerade. Auf jeden Fall da hinten irgendwo. Weißt du was? Sehr schön. Hast du eine Leiter? Warte, ich guck noch hier, ob hier irgendwas ist, aber... Ich geh schon mal nach oben. Ist nicht nach oben dann. Achso, ich nehm die Leiter, ne? Ja, ich weiß. Nicht die andere. Alter, alles voll hier bei mir. Ich hab nicht... Ich kann nichts mehr nehmen. So. Schrank. Ich muss echt unbedingt zu so einer Safe-Bank hin, wo ich meine Sachen immer, äh... Was ist das denn? Oh, ne, lag nichts. Wo ich dann meine Sachen erstmal wegtun kann. Paar. Wow, ein Steuerraum. Ah, hier ist irgendwas. Äh, Schlüsselkarte zum Vorratslager. Nehmen. Ja, hab ich auch mal genommen. Das auch noch was. Sollen Munition und so sicher. Okay. Man bestimmt hier im nächsten Raum. Okay, komm. Anzugstation. Und zwei Stück sogar. Mal gucken. Soll es ja mal was heißen. Mal schauen. Vielleicht haben sie ja was Schönes für mich wieder, was Neues. Der arktische Anzug. Geil. Okay. Mal schauen. Anzug wechseln. Arktischer Anzug. Der arktische Überlebensanzug besteht aus geheimen Scarf-Systemphase. Der Körper extremer Kältung. Den brauchen wir wahrscheinlich. Ja. Den nehme ich auch jetzt. Ich denke mal, weil wir ja noch immer in diesem kalten Gebiet sind. Gucken wir jetzt aus. Wow, sieht ja geil aus. Roter Bengelow. Der sieht geil aus. Mal schauen, ich. What the fuck sieht die Maske geil aus? Sieht meiner Scheiße aus. Okay, warte mal. Ich muss mal kurz... Ähm... Meiner hat so Fell. Deiner auch? Upgrades? Fell? Ja. Ähm... So, jetzt ist das. Okay. Ja, schön. Dafür fehlt mir das. Habe ich auch nichts. Da habe ich es auch nicht. Schade. Ohne Spaß. Ich habe so viele Sachen dabei. Und irgendwie kann ich hier nichts entwickeln. Ja, guck mal, ich sehe... Ey, meiner sieht voll kacke aus. Meiner hat so... So... Fettlerhaft. Sag mal. Ich habe zu dem gleichen. Das geht mal in die Sonne. Geh mal in die Sonne. Sonne? Ja, jetzt Licht. Yo, Alter. Wie so ein Penner siehst du aus, Alter. Echt jetzt? Ich sehe ja... Ich sehe ja wenigstens aus wie... Ja, ne? Okay, grünes Licht. Beide zielen hin. Ab, das ist nicht stehen. Ja, wir müssen das Ding aufmachen. Gab Gott sei Dank ein grünes Licht. Warte, hier ist... ...ne Navi. Ist da draußen noch jemand? Herr, hier ist Dr. Gerrano. Hören Sie, Sie müssen zur Einrichtung 1. Verstehen Sie mich? Leben hängt davon ab. Was? Doch? Wessen reden von allen. Gehen Sie, Sam. Jetzt zuvor. Ich werde versuchen, Doc. Wir müssen alle vollkommen werden. Macht uns vollkommen. Macht uns vollkommen. Der Führer spricht, ey. Ey, deine Maske sieht echt viel geil aus. Ja. Warte mal. Was denn? Warten. Warte auf Partner. Hier ist noch eine Tür. Ja, aber sollen wir nicht erst mal uns das angucken? Das ist wie eine Küche da. Ich glaube, das ist ein Aufzug, der uns dann irgendwo hinbringt. Ah ja, da müssen wir hin und da können wir hin. Aber gehen wir dahin, wo wir können. Ich mag keine... What? Alter, ist das jetzt ein Fehler? Das ist, glaube ich, ein Fehler vorm Spiel, ne? Ich habe jetzt nichts gehabt. Was ist denn hier? Nein, der Typ, der in der Luft ist. Oh, siehst du das denn hier nicht? Ich sehe keinen Typen. Nee? Wo denn? Lauf mal dahin, wo ein Typ in der Luft ist. Warte. So, ich stehe genau jetzt drin. Da ist einer wie Jesus. Ja. Okay, dann ist ein Fehler. Bei mir. Was ist? Hä, da waren wir doch schon. Jo. Wobei. Ja stimmt, hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Ja, hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Aber müssen wir wahrscheinlich jetzt zum... Wo müssen wir denn lang? Ja, zum Fahrstuhl. Okay. Wenn das überhaupt ein Fahrstuhl ist. Müsste aber. Das sieht so aus wie ein Fahrstuhl. Hat der auf... Ah, na, na. Rufen, ja. Okay, rein. Äh, rein. Habe ich gesagt. Gehen. Gehen. Das war ganz geil. Du hast den Aufzug gerufen und ich habe dann erstmal Rücken gedeckt, ey. So müssen wir vorgehen, ey. Beide gleichzeitig raus. Ach, hier waren wir doch schon, ey. Lackier nicht der Typ? Hier müssen wir hin. Ah, hier lag der Typ. Der liegt doch noch immer hier. Ja. Den kannst du nicht. Der ist eingefroren. Ja. Ja, wir müssen raus. Da? Ja. Okay. Ah, jetzt werden wir erstmal wieder... Ausgang der Wegstation. Aber wir haben jetzt eigentlich, äh... Ne? Ach, guck mal. Es wird auch kein Kältedings mehr angezeigt. Mann! Mann, 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 Mann. Ihr kommt hier raus, Alter. Und bist sofort so gefickt. So lieb ich das, ey. Alter, Schwede. Okay, wo müssen wir lang? Der ist hier noch irgendwo. Bist du mal der Führer? Klar lang. Geh du mal vor. Wieder den Lichtern wahrscheinlich folgen. Ja, aber wir haben diesmal keine Kälteanzeige, ne? Ne. Oh. Windig. Oh, es ist windig. Ich will rein in die gute Hölle. Alter, mein Schei... Tesla-Kern? Mein Inventar ist voll. Ich muss mal kurz auch mein Inventar hier mal leeren, ey. Ich hab so viel. Kann ich denn was leeren? Ja, einfach wegschmeißen. Will ich aber nicht. Munition nicht. Was ist denn da? Kompakter Standardrahmen. Oh, tut mir leid. Ne, kann man gar nicht auswählen. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, wie man das wegwirft. Aber ich hab, glaub ich, schon einen Tesla-Kern. Naja. Entschuldigung. Ja, ist kein Problem. Ja, man drückt ihn mal auf ESC automatisch. Ja, weil das so das meiste ist eigentlich... Dein Helm sieht geil aus, ey. Ganz ehrlich. Oh. Das sieht echt cool aus. So hat man ein Screenshot gemacht. Musste leider sein. Mach ich mir dann als Test-Desk-Hintergrund. Schlecht? Oh. Mal gucken. Sturm! Neh mal geradeaus weiter. Ja. Da kommt bestimmt gleich so ein richtig dickes Vieh. Wetten, ey. Das eine, was uns vorhin angegriffen hat. Ja, genau. Das. Als so kleiner Haupt-Entgegner. Und die Musik. Irgendwas kommt mir hier. Oh, irgendwas kommt mir hier. Oh, das wäre ein Bein gewesen. Oh, oh, oh. Oh, nee. Nicht so wieder so, Alter. Fast ja. Warte, immer. Wirst du das? Warte mal kurz. Ich wusste es. Ohne Spaß. Ich kenne so einen Scheiß. Meine Fresse, ey. Hier ist eine Leiter, ne? Ich weiß, hier gibt es noch ganz viel. Stuff? Ja. Aber ich kann fast nichts mehr mitnehmen, ey. Ich kann irgendwie noch ganz viel mitnehmen, obwohl ich voll bin. Ja, manche Sachen kann ich mitnehmen, aber nicht alle Sachen. Ja, ich glaube, so Munitionssachen kannst du ganz viel mitnehmen. Denk nicht mal. Ne, ne, auch Volga, vorhin. Midi-Kids konnte ich ein paar mitnehmen noch. So. Oh, wir fahren jetzt Bus. Bock auf Bus fahren? Warte, ich bin doch noch nicht da. Ach, du bist doch gar nicht rum. Ah, da. Was macht denn Bus hier? Er stützt bestimmt jetzt runter. Kommt bestimmt ein Video. Ja, sicher. Wusst ich. Runter hier. Runter, runter, runter. Alles wieder. Sehr schön. Müssen wir jetzt hier runter? Oh, meine Fresse, ey, hab ich mich erschreckt. Ob das beantwortet deine Frage? Ja. Ist irgendwas hier mit... Das fand ich jetzt aber nicht gruselig. Eeeh, eeeh, eeeh. Oh. Alter, komm mal oben. Ja, sehr schön. Scheiße. Nicht schon wieder E drücken. Eeeh, eeeh. Ja, ich drück auch schon E. Ich muss dir helfen. Sehr schön. Beim Aufmachen. Wann hab ich's du gewesen? Ich hab's gerade gesehen. What the fuck? Alter. Der Schnee ist an deiner Kleidung. Ja. Oh, geil, guck mal. Schönes. Alter. Was ist das für ein Ding? Das ist eine alte Stadt. Da unten ist Zelle, leuchtet wie an Weihnachten. Jemand scheint den Saft angedreht zu haben. Äh, ich sag dir doch, sie schafft's. Kommen Sie. Oh, nee, da ist so eine Höhle. Oh. Weißt du, dass ich keine Höhlen mag, ne? Na, ich eigentlich auch nicht so doll. Und sofort verändert sich die Musik, ey. Ich guck jetzt da rum, du, du, da. Über mir sind Kisten. Oh, oh. Hinter mir. Welche dauern? Guck mal, noch welche. Fuck die Wand an, Alter. Ihr wollt mich sowas ver-